hallo und herzlich willkommen hier auf den kanal pklp.tv und damit ein herzlich willkommen bei driving jule 2016 wo man nicht am besten oder wo man am besten die fahrschule machen kann ein was werde ich hier gleich machen das sind die sounds aus wie wir das mal aus wo geht das hier ich finde es gerade mal gar nicht den ton das ist auch schön das ist immer wieder wo kann man es nicht sogar am besten machen außer in der schönen hauptstaat von deutschland berlin starten hier mal gleich also ich sehe das schon tiefen entspannt tiefen relaxed für die einen und anderen die das jetzt in den einstellungen sehen hat oder hier auch tilt ist mit dem handy rommacken dann die pfeile das lernkarton wir wird klatsch klatsch ist dafür gemeint für lenkrad und und da schon controller nehmen aber til ne schließen Hm, okay. Bisschen zu laut. Was ist das? Was ist das? Ebene. So. Theoretisch könnte ich in Berlin auch mal eine V-Prüfung machen. Also in dem Spiel hier. Ja, sorry. Ja, darauf achten die Leute. Scheiße, die Kamera hat sich umgestellt, obwohl ich eigentlich das gar nicht hab. Also das halte ich jetzt an den kleinen Tasten an der Kamera. Das ist die Kamera. Am liebsten hätte ich so einen Kamera-Fokus. Ich könnte auch mal aus dem Cut-Bit draus spielen. So, wir machen jetzt mal Cut-Bit. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Habe ich jetzt drüber. Habe ich jetzt nicht. Habe ich jetzt über die Kamera. Das ist auch immer noch so. Habe ich jetzt mal. Habe ich jetzt? Habe ich jetzt mal. Habe ich jetzt noch mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was ist das falsche Bingehändnis? Aha. Das war aus Rossellen über die Rotorambit zu fahren. Wo ist das nie? Also ich hätte das jetzt nicht mit Absicht gemacht. Ich habe das in den falschen Taster gedrückt. Statt Bremsen habe ich rausgegeben gedrückt. Aber ihr seht ja wie klein die Tasten unten rechts sind. Da passiert das auch schon mal. Huch, wo kommt die Strasen unten? Ja, das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.